Musik Guten Morgen miteinander, schön sind wir wieder da. Singen wir doch gleich unser Guten Morgen Lied zusammen. Guten Morgen, guten Morgen, good morning, good morning, buenos dias, buenos dias, buongiorno, bonjour. Guten Morgen, guten Morgen, good morning, good morning, buenos dias, buenos dias, buongiorno, bonjour. Und noch ein bisschen schneller. Guten Morgen, guten Morgen, good morning, good morning, buenos dias, buongiorno, bonjour. Und noch ein bisschen schneller. Guten Morgen, guten Morgen, good morning, good morning, buenos dias, buongiorno, bonjour. Und jetzt machen wir es noch ganz langsam. Guten Morgen, guten Morgen, good morning, good morning, buenos dias, buongiorno, bonjour. So. Welcher Tag ist denn heute? Genau, heute ist der Donnerstag. Und was machen wir am Donnerstag? Genau. Ihr bewegt euch nachher noch etwas mit Rita. Zuerst schauen wir mal, was heute für Wetter ist. Scheint heute die Sonne? Hat es Sonne und Wolken? Tut es bei dir fest Winde? Hat es eine Wolke? Tut es Regne? Oder hat es Schnee? Bei mir hat es Sonne und Wolke heute. So. Jetzt sind wir gleich wieder zusammenzählen. Was wir heute erzählen. Was kommt heute für? Bist du bereit? Also. Achtung. Fertig. Los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dritzehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zehnzig. Gut. Zählen wir gleich noch einmal. Bist du bereit? Zwei. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dritzehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Ochtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Gut. Das ist es schon gewesen. Jetzt tut Drita euch wieder in Bewegung für zu Hause zeigen. Bis nachher. Hallo, ich bin's Drita und ich tue heute mit euch Turnen. Du kannst mit einem Ballon an einer PET-Flasche und mit deinem eigenen Körper ganz viele verschiedene Sachen machen. Und ich zeige dir ein paar Sachen, die du nachher selber ausprobieren kannst. Das Erste, was du mal probieren kannst, ist, schaffst du es, deinen Ballon auf deiner Flasche so drauf zu legen und zu balancieren, ohne dass du den Ballon verlierst. Man muss sich ganz fest konzentrieren. Und am besten läufst du ganz langsam. Beim Klappen zum Besten. Das ist schon fast ein bisschen ein Kunststück, das wir gemacht haben. Du kannst mit deiner Flasche, aber auch deinen Ballon durch die ganze Wohnung durchjagen und schaue, dass du ihn nie verlierst. Vorher haben wir den Ballon von unten an gespielt. Und jetzt probieren wir ihn oben vor uns her zu spielen. Du kannst mitmachen und selber probieren, wie gut du das schon kannst. Und jetzt probieren wir ihn. Du siehst, wenn der Ballon zu weit runterkommt, spielst du schnell wieder von unten an und dann kannst du schnell wieder oben weiter treiben. Die Flasche, die kannst du jetzt ziehen. Du kannst nämlich deinen ganzen Körper brauchen, um den Ball in die Luft rauf zu tun. Wir haben es zuerst mit den Händen probiert. Aber was hast du noch an deinem Körper, die du auch brauchen kannst? Du kannst gleich mal überlegen. Den Kopf, die Schultern, den Ellenbogen, deine Hände, deine Oberschenkel, dein Knie oder auch deine Füsse. Ich probiere es einfach mal aus, was mein Körper kann. Aber du hast sicher noch viel mehr Ideen, was der Körper mit dem Ballon alles machen kann. Probier einfach aus, was dir alles gelingt. Stilisch, das ist hier ein Ballon. Wenn du möglichst einfach nicht ab oder runterkommst. Und du hast gesehen, fast den ganzen Körper kannst du brauchen. Jetzt, als du schon einen Ballon aufgeblasen hast und auch schon einen Schläger hast, könntest du auch deine Mami oder deine Papi oder vielleicht deine grossen Geschwister dich fragen, ob sie mit dir fast richtig Tennis spielen wollen. Du musst zu Hause zwischen zwei Stühlen oder irgendwo, wo es gut geht, eine Schnur spannen. Und dann könnt ihr einander mit dem Schläger den Ballon über die Schnur zuspielen. Hin und her und hin und her. Und immer bei dem, wo der Ballon ab oder runterkommt, der verliert den Punkt. Und am Schluss könnt ihr schauen, wer von deiner Familie schon am allerbesten Ballon-Tennis spielen kann. Viel Spass! So, das ist es schon wieder gewesen. Danke vielmals, dass ihr mitgemacht habt. Denkt daran, ihr dürft die Bewegungen natürlich auch am Nachmittag noch machen. Könnt ihr sie einfach noch einmal wiederholen. Ich wünsche euch ganz einen schönen Nachmittag. Tschüss zusammen. Und jetzt singen wir noch ein Abschiedslied. Rot und grün und gel und blau, wir sagen alle tschau, tschau, tschau. Rot und grün und gel und blau, wir sagen alle tschau, tschau, tschau. Der Große und der Kleine, der Lauten und der Feine. Rot und grün und gel und blau, wir sagen alle tschau, tschau, tschau. Tschüss zusammen. Rot und grün und blau, wir sagen alle tschau, 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 tschau. Rot und grün und blau, wir sagen alle tschau, tschau, tschau.